Mit dem Flipper, da können Delfine nicht mehr hervorragend steuern, sondern auch ganz tollen Gegenstände festhalten. Delfine umklammern sich manchmal bei der Paare oder halten auch mit dem Hut hier fest. Wir stellen das mit den bunten Bällen nach. Okay? Klemmt nicht mehr zwischen den Flipper und dreht mal eine Runde. Nächster Ball. Pepinat. Aufstecken, dann habt ihr die. Fast ein Dicke. Habt ihr dich nicht ganz dran gekommen? Ein Stückchen mehr, sonst schnappen wir nicht. Niveau. Du warst das toll. Danke. Wunderbar. Sehr schön. Oh, Elfie. Ausstelle und raus zur Richtung. Ja. Dankeschön. Prima. Wunderbar. Okay. Bettina mit dem zweiten Anlauf. Okay. Ausreichern. Dankeschön. Diff. Applaus Wie auf Wienchen erwähnt ist die Fluche der Antikelefon. Mit Hildsam ist die Fluche der Antikelefon. Mit Hilfe der Fluche.